Hallo zusammen und herzlich willkommen bei JudyTV. Mein heutiger Gast steht fast täglich vor oder hinter der Kamera. André Marti, er ist Journalist, er war sechs Jahre Ostkorrespondent für Schweizer Fernsehen und hat jetzt seine Homebase in der Schweiz. Er arbeitet für die Tagesschau. Er ist verheiratet und hat eine Tochter. Herzlich willkommen André. Hallo. Verrate uns doch so drei typische Eigenschaften von dir. Ja, der André Marti ist wahrscheinlich ein sehr ungeduldiger, interessierter Mensch, der sehr offen ist für Neues und Unbekanntes. Merci vielmals, da bin ich auch gespannt auf unser Gespräch. Du kannst die Kamera gleich aufs Stativ stellen. André, wie ist dir das erste Mal der Gedanke gekommen, dass du Journalist werden willst? Jusses Gott. Das erste Mal. Also ich bin als Bub im Wallis amix mit meinem Papa zum Walliserbote auf der Redaktion. Er ist so ein Sportfreak gewesen und hat die Woche dann auch auf Fussballplätze verbracht. Also das ist eigentlich von klein auf so ein bisschen damals noch der Geruch von der Druckerschwärze gewesen. Also recht früh zumindest habe ich Kontakt gehabt und die Sprache hat mich früh schon interessiert. Und wahrscheinlich ist das etwas von wenigen, wo ich mich wirklich gut damit ausdrücken kann. Also das Erzählen von Beobachtungen. Was fasst dich sonst noch an dem Beruf, jetzt außer der Sprache? Es ist eine von den ganz wenigen Möglichkeiten, wo man sehr viele Leute in sehr kurzer Zeit treffen kann, wo man einsteigen kann auf verschiedene Themen. Für meinen Geschmack ein wenig zu wenig kann in die Teufel gehen, aber doch die Chance bekommt, und sehr, sehr viele Menschen zu treffen. Und zwar vor allem eben die sogenannten unspektakulären. Die wirklich interessanten Begegnungen sind ja, wenn überhaupt, praktisch nie mit den sogenannten Stars, sondern das sind eben die sogenannten Einfachen, wie es so schön heisst, Menschen. Das ist höchst interessant und auch herausfordernd. Wieso meinst du, kannst du nicht so in Tiefel gehen? Die heutige Medienlandschaft hat ja den Anspruch, dass man die Welt in 20 Minuten oder in 25 Minuten soll erklären können. Das ist eine Eigenheit, die es zum grossen Teil auch schlicht verunmöglichen, in die Teufel zu gehen. Das ist keine Kritik an 20 Minuten oder an den Tagesschauern und für sich, aber es gibt bedeutend weniger längere Formate, die eben früher in den Print, insbesondere Medien, aber auch in den elektronischen, eben sehr wohl noch die Möglichkeit des Teufels waren. Also die Medienlandschaft hat sich massiv und schnell verändert. Im Journalismus gibt es ja auch Krisensituationen. Du warst auch Anfang des Jahres in Cairo. Da war der Mubarak. Der Mubarak hat eigentlich Schlägertypen auf die Journalisten losgeschickt. Brauchst du manchmal auch den Adrenalinkick in deinen Bruch? Nein, das wäre gefährlich. Im Gegenteil. Es hat schon einen Grund, warum britische, grosse Unternehmen, Medienunternehmen, wenn immer möglich, verheiratete Personen in sogenannte Krisen oder sogar Kriegsgebiete schicken. Und ich als Vater finde diese Regeln hervorragend, weil ich wirklich dreimal oder viermal darüber nachdenke, ob ich mich in eine Situation hineinbegebe und wenn ja, wie sieht mein Sicherheitsdispositiv aus. Also das macht schon Sinn. Und darum ist Adrenalin natürlich ein Teil dieser Realität, darf aber natürlich nicht Erfahrung ersetzen, geschweige denn dazu führen, dass man zu einer absurden Selbstüberschätzung Aber wenn du jetzt als Familienvater in so eine Situation gehst, ist dafür eine andere Verantwortung oder vielleicht eine Familie, die sagt, stopp, jetzt geht es zu weit. Bist du nie in diese Situation, wo die Familie sich zurückpfiffen hat, so zu sagen? Also das ist ja ein Projekt, das man nur zusammen machen könnte. Also wenn sowohl meine Frau und die Tochter zu Hause Bammel hätten, als auch ich vor Ort, das würde ja nicht gehen. Das wäre ja grob fahrlässig. Also insofern gibt es da einen totalen Konsens von uns drei, wo darauf basiert, dass Papa und Journalisten André Martin das Restrisiko so stark minimiert, dass es vertretbar ist. Und ich glaube, es ist auch ein bisschen, was ich sage, ja, die Erfahrung, die sehr, sehr viel dazu beigetragen hat, eben zu wissen, was in gewissen Situationen geht und was eben nicht gehen würde. Aber gibt es Situationen, die wirklich sehr kritisch worden sind für dich oder die vielleicht heute manchmal auch noch nachgehen? Bilder, die dich begleiten? Es ist nicht sehr schön, Leute zu sterben. Und ich glaube, es ist ein Teil von unserer Aufgabe als Journalistinnen und Journalisten, eben darauf aufmerksam zu machen, dass es schlicht keinen sinnvollen Krieg gibt. Sein Krieg ist per Definition negativ. Meine Aufgabe, so sehe ich sie, ist es, darüber zu berichten, dass es eben längst nicht nur um irgendwelche ferngesteuerten Drohnen geht, es längst nicht darum geht, dass Soldaten aufeinander quasi losgehen, sondern dass primär einmal Zivilistinnen und Zivilisten, also Personen, die eben nicht Soldaten sind, direkt betroffen sind von kriegerischen Auseinandersetzungen. Das ist meine Aufgabe. Und nur weil wir zum Teil Bilder nicht mehr zeigen, heisst ja das nicht. Oder es Bilder gar nicht gibt, heisst ja das nicht, dass nicht Tausende, Zehntausende von Leuten in bewaffneten Konflikten sterben, und zwar in der Regel auf sehr brutale Art und Weise. Du bist ja jemand, der in Interviews betont, wir sollen eben hinschauen, wir sollen nicht wegzappen, aber schlussendlich, was macht es aus, wenn ich als Schweizerin in meiner bequemen Stube sitze und durch meinen Flatbildschirm in ein Flüchtlingslager in Gaza schaue oder so. Warum ist es so wichtig, dass ich aus dieser Perspektive schaue? Politik wird nicht einfach von den Politikerinnen und Politiker losgelöst, von den Wählerinnen und Wählern gemacht, sondern es ist unsere Aufgabe als Menschen, die in einer Demokratie leben, Einfluss zu nehmen, ganz direkten Einfluss auf die Politik. Und es ist ein ziemlich grober Traugschluss zu meinen, all diese Konflikte, wir haben hier Herrn Al-Ghadafi auf dem Bildschirm, die Konflikte finden nicht nur dort statt. Also wer im Moment ins Land aussieht, sieht relativ genau, was zum Beispiel an den Wahlplakatwänden hängt. Das heisst also, die Konflikte finden natürlich in einer anderen Form, aber die Konflikte finden sehr wohl auch da bei uns statt. Und es ist ein Traugschluss zu meinen, wer mit der Fernbedienung sagt, interessiert mich nicht, ist dadurch aus seiner Verantwortung entlassen. So einfach ist es nicht. Aber so jetzt als Auslandskorrespondent ist man ja eben bei den Geschichten, die nicht so nahe sind, bei uns. Da ist man ja eigentlich weiter weg und muss immer wieder die Aufmerksamkeit holen bei uns. Also ich merke es bei mir, wenn ich jetzt einen Beitrag schaue über Menschen, die in China enteignet werden, dann sehe ich es, aber es macht mich hilflos. Ist da irgendwie, also siehst du bei dir noch einen Auftrag mehr dahinter, als das eben nur zu zeigen? Nein, ich bin kein Mensch, der eine Mission hat. Ich habe einen Auftrag und das ist der Informationsauftrag, der jetzt in meinem Fall als Mitarbeiter von der SRG oder von SRF, wie wir ja im Moment wieder heissen, der Auftrag ist definiert, aber es ist sicher nicht eine politische Botschaft auszusehen. Aber, das heisst sehr wohl, Fragen zu stellen. Das heisst sehr wohl, dich daheim vor deinem Flatscreen nicht einfach aus der Verantwortung zu entlassen. Du daheim vor deinem Flatscreen kannst sehr wohl entscheiden, ob du das Informationsangebot wahrnehmen willst oder nicht. Aber meine Aufgabe ist es, dir zumindest Basics anzubieten, wenn du dann findest, das interessiert mich nicht, was in Libyen, in Gaza, in Kabul, in Bagdad passiert. Das ist deine freie Entscheidung, aber ich will das eben nicht ganz so einfach machen. Du engagierst dich für die Organisation DART, wo Journalisten und Psychologen zusammenarbeiten. Warum denkst du, du brauchst eine solche Zusammenarbeit? Es ist ein Gedankenaustauschen auf der einen Seite, wo mir als Journalisten beim Verarbeiten von potenziell dramatisierenden Situationen sehr hilft. Und es ist auf der anderen Seite ein Lernen von Handwerken. Wie gehe ich mit Menschen um, die sich in Extremsituationen befinden? Und das ist längst nicht nur der sogenannte Kriegsreporter, der mit Zivilisten in einer kriegerischen Situation redet, sondern das kann der lokalen Reporter-Kollege sein, der sich bei einem Feuerwehrmann um ein Interview bemüht, um einen Polizisten, der in seiner Realität eben genauso potenziell dramatisierende Situationen erlebt. Die Idee ist also ganz konkret, zum Beispiel Interviewtechniken zu lernen. Also wie gehe ich mit so einem Menschen um? Wie nehme ich den Menschen ernst und respektiere, akzeptiere seine momentane psychische höchste Anspannung? Wo sind da für dich so Grenzen? Wir sollten ja im Fernsehen immer auch irgendwie Betroffenheit, Emotionen überbringen, gerade wenn man auch Opfer interviewt, wo sind für dich Grenzen, dass es nicht irgendwie zu Voyeurismus wird? Ich würde schon bei den Fragen ansetzen. Meine Aufgabe ist es nicht, Emotionen zu transportieren. Meine Aufgabe ist es, Informationen über Menschen allenfalls anzubieten. Ich bin zum Beispiel jemand, und das meine ich genauso, wie ich es sage, der die Kamera sofort abstellt, wenn jemand anfängt zu berühlen. Das gibt es nicht. Und zwar aus Respekt vor dem Menschen, der offensichtlich die Situation nicht mehr im Griff hat. Dass sich das natürlich in der heutigen sogenannten Fernseh-Medierealität nicht extrem sexy präsentiert, das bin ich mir bewusst. Aber da ist meine persönliche Grenze sehr klar definiert. Wie hat dich selber die Krisenberichtserstatte verändert? Es ist nicht der gleiche andere Art in den Krieg gezogen, der nach Hause kam. Das ist so. Das ist aber ein Teil, den ich meine, der dazugehört. Ich bin recht strikt, was zum Beispiel eine konkrete Situation. Unsere Tochter, eine 7,5-Jährige, die jetzt findet, sie bräuchte jetzt ein Gewehr zum Spielen. Da bin ich nicht der, der sagt, du darfst kein Gewehr haben, aber wir reden. Und Sie, die ja in einer Situation aufgewachsen sind, ist in Nahen Osten, wo die Checkpoints komplett der Alltag gewesen sind. Das mag am Anfang dann vielleicht seltsam tönen, wenn die die 7-Jährigen kann eine Checkpoint-Aufstellung erklären. Aber wenn wir miteinander reden, dann denke ich, sind Positionen klar. Also der Mensch, der Papa André Marti hat sich verändert. Ich meine, kann zum Bewussteren an potenziell heikle Situationen hinzugehen, zum Beispiel. Danke dir vielmals für dieses Gespräch und wünsche dir weiterhin so viel Leidenschaft für deinen Job. Danke. Hinschauen und wegzappen, das gilt natürlich auch für JudyTV. In einem Monat, am 1. November, ist wieder ein Tag für euch bereit. Ich freue mich, wenn ihr auch dann wieder Judy.TV anklickt. Bis dann wünsche ich euch einen schönen, goldenen Herbst. Tschüss zusammen. Tschüss. 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 Tja, giorno berracht plugsisch zu lantern? Tja, dauertour?